Herzlich Willkommen im Hotel Immenhof. Lassen Sie sich von uns verwöhnen. Im idyllischen Weinort Maikammer befindet sich in ruhiger Lage, harmonisch umgeben von einer Gartenlandschaft im mediterranen Flair, der Immenhof. Freuen Sie sich auf ein paar Tage Erholung und Entspannung in einem Wellnesshotel in der Pfalz. Seien Sie Gast, genießen Sie das Ambiente und fühlen Sie sich wohl. Die Ausstattung unserer Zimmer ist so vielfältig wie die Wünsche unserer Gäste. Von ländlich, rustikal über modern mit einer Portion Luxus. Genießen Sie im Restaurant mit angeschlossenem Wintergarten. Genießen Sie in einer hellen, freundlichen Umgebung, mit freiem Blick in den Garten, eine Mischung aus Ursprünglichkeit und gepflegter Lebensart. Genießen Sie regionale Spezialitäten oder schlemmen Sie von unserer saisonalen Welfi-Ness-Karte. Um Ihren Aufenthalt so erholsam wie möglich zu gestalten, werden Sie im Immenhof verwöhnt mit allem, was Körper und Seele entspannt. Ob im Schwimmbad, in einer unserer Saunen, bei der Massage, im Beauty Center, in unserem Wellnessbereich, können Sie neue Energie gewinnen. Musik Eine Speisekarte speziell für die Wünsche unserer Garten. Für kleine Gäste und der hauseigene Spielplatz erfreut sich bei Kindern großer Beliebtheit. Musik Erleben Sie Gastfreundschaft und tauchen Sie ein in die Geschmackserlebnisse der Pfalz. Musik Musik Erleben Sie Gastfreundschaft und tauchen Sie ein in die Geschmackserlebnisse. Musik Musik Erleben Sie Gastfreundschaft und tauchen Sie ein in die Geschmackserlebnisse. Musik Musik Erleben Sie Gastfreundschaft und tauchen Sie ein in die Geschmackserlebnisse. Erleben Sie Gastfreundschaft und tauchen Sie ein in die Geschmackserlebnisse.